Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video, in dem wir uns noch einmal mit den Kryptowährungen befassen werden, die ja zuletzt so langsam durchstarten. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich auch noch kurz auf den Biotech-Sektor eingehen. Da steht ja nach wie vor ein Video aus. Das ist auch nicht vergessen, wie schon gesagt, aber aktuell stehen natürlich die Kryptos mehr im Vordergrund und deswegen haben wir da noch etwas Zeit. Bevor ich dazu komme, aber wie immer noch der Hinweis, dass ihr gerne natürlich den Kanal abonnieren könnt, ihn weiterempfehlen könnt, das Video teilen könnt, auch das Video weiterempfehlen könnt und natürlich gerne Likes oder Kommentare da lassen soll. Und ansonsten noch ein Hinweis, sowohl für den Tax-Service als auch, da bin ich zwar nicht ganz sicher, aber ich vermute es, für den Total Return Börsenbrief wird es in Kürze wahrscheinlich eine Black Week Aktion geben. Und deswegen, wer sich dafür interessiert, der sollte in den nächsten Tagen da seine Augen und Ohren offen halten. Wenn ich da genaueres weiß, werde ich aber auch hier in einem der nächsten Videos noch einmal darauf eingehen. Damit komme ich zu den heutigen Themen und beginnen möchte ich mit dem Biotech-Sektor in den USA. Der Nasdaq-Biotech-Index sah ja zuletzt eigentlich charttechnisch sehr, sehr gut aus. Es deutete vieles auf einen Ausbruch nach oben hin und dann kam Ende letzter Woche die Meldung, dass der gewählte Präsident Donald Trump wohl den Impfkritiker, sage ich mal so, Robert F. Kennedy, RFK, zum US-Gesundheitsminister machen möchte. Und daraufhin sind viele Biotech-Werte, Biopharma-Werte in den Sinkflug übergegangen. Und das zeigt, dass hier Anleger ganz klar auch Angst vor einem solchen Gesundheitsminister haben. Kurze Zeit später kursierte dann aber ein Bild durch das Internet und dessen Echtheit ist auch bestätigt, wo eben Donald Trump, Elon Musk und Robert F. Kennedy und noch ein paar andere in einem Flugzeug sitzen, wahrscheinlich auf dem Weg zu diesem UFC-Kampf, den es da ja, glaube ich, in New York gab. Und dort hat auch Robert F. Kennedy, ja, Fast Food vor sich, genauso wie Elon Musk, genauso wie Donald Trump, der ohnehin als Fast Food, als McDonalds-Fan in der Vergangenheit bekannt geworden ist. Es gibt ja auch dieses legendäre Foto, wo seinerzeit dieser Government-Shutdown war und deswegen es kein Essen und zu trinken halt gegeben hätte beim Empfang der damals, glaube ich, College-Football-Mannschaft, dem College-Football-Meister. Und daraufhin hat Donald Trump einfach Leute losgeschickt und die haben dann Burger bei McDonalds geholt, sodass da, ja, für leibliches Wohl, sage ich mal so, ein bisschen gesorgt wurde. Nun, dieses Bild zeigt schon, Robert F. Kennedy wird meines Erachtens so ein bisschen falsch eingeschätzt. Grundsätzlich, er ist Impfkritiker, sage ich mal. Er ist auch sehr kritisch gegenüber der Corona-Impfung gewesen, was ich übrigens auch war und bin. Und er wird aber in den Medien immer so dargestellt, als sei er quasi des Teufels. Dabei ist sein Ansatz eigentlich, dass sich die Amerikaner grundsätzlich gesünder ernähren sollten, gesünder leben sollten, das sollte ich übrigens auch. Und dann hätten sie solche Krankheiten wie zum Beispiel massive Fettleibigkeit und alles, was damit einhergeht, viel weniger und es bräuchte auch keine Abnehmenspritzen und so weiter. Insofern kann man diesen Ansatz ja durchaus kritisieren, gerade auch als Aktionär von McDonalds oder von irgendwelchen Pharmaunternehmen. Aber grundsätzlich halte ich ihn nicht für verkehrt. Und dementsprechend sind auch andere Aktien aus dem Bereich gesunder Ernährung, wenn man so will, zuletzt so ein bisschen nach oben gegangen. Insbesondere auch Beyond Meat ist da so ein bisschen angezogen. Allerdings muss man hier sagen, Beyond Meat ist jetzt nichts, worauf Robert F. Kennedy unbedingt stehen würde. Denn das ist ja auch sehr, sehr stark verarbeitetes Essen. Und wir hatten in der Vergangenheit schon mehrfach von Beyond Meat, von dieser Aktie abgeraten. Wir halten die nach wie vor für einen Pleitekandidat. Es steht dort eine Anleihe aus, die glaube ich im März 2026 oder 2027 auf jeden Fall nicht allzu ferner Zukunft fällig wird. Und ja, es steht aktuell in den Sternen, wie das Unternehmen hier diese Anleiherückzahlung bewerkstelligen will. Da bräuchte man massiv frisches Geld und das würde erst einmal einen steigenden Aktienkurs voraussetzen. Und mit den zuletzt gemeldeten Zahlen, auch wenn man da wieder ein bisschen Wachstum auf niedrigem Niveau erzeugen konnte, wird das kaum gehen. Also insofern Beyond Meat, da bleiben wir nach wie vor sehr zurückhaltend. Aber Fresh Del Monte beispielsweise, ein Unternehmen, das Früchte liefert, Ananas und so weiter, da könnte man durchaus mal sich drum kümmern, solche Aktien sich näher anzuschauen. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern ich möchte nochmal zum Biotech-Sektor zurückkommen. Wie gesagt, diese Nominierung wurde erst einmal sehr negativ aufgenommen, aber man muss jetzt natürlich auch differenzieren. Erst einmal ist es nur eine Nominierung. Der gute Mann ist noch nicht bestätigt, noch nicht im Amt. Und selbst wenn er dann im Amt ist, muss man erst mal schauen, was er politisch da alles umsetzen will und am Ende auch kann. Zumal man ja sagen muss, sein Chef ist immer noch der US-Präsident, also dann Donald Trump. Und der kann ihn natürlich durchaus auch stoppen. Generell, da gab es zuletzt auch viele Berichte in den Medien drüber. Obamacare, der Affordable Care Act, so heißt er glaube ich richtig, in den USA, der steht natürlich aktuell zur Disposition. Den wollte Trump schon in seiner ersten Amtszeit abschaffen, hat es damals aber nicht geschafft, weil er nicht die notwendigen Mehrheiten organisieren konnte. Jetzt aber, wo die Republikaner eben ja alles dominieren, das heißt sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus und dann auch noch den Präsidenten stellen, könnte das natürlich anders aussehen. Und insofern muss man, wie gesagt, generell beobachten, wie es da in der US-Gesundheitspolitik weitergeht. Ob Robert F. Kennedy am Ende Gesundheitsminister wird und was da alles umgesetzt wird. Aus meiner Sicht ist diese Panik, die wir aber am Freitag gesehen haben, ein bisschen unangebracht. Wenn da der Nasdaq-Biotech-Index alleine am Freitag fast 5% verliert oder in wenigen Tagen über 10%, dann spricht das schon dafür, dass einige Anleger doch in Panik geraten sind, dass hier Panikverkäufe stattgefunden haben. Und charttechnisch, muss man sagen, war dieser Rücksetzer alles andere als schön, denn damit ist natürlich der charttechnische Ausbruch nach oben erst einmal abgesagt. Und dementsprechend muss man sich auch jetzt nicht beeilen, deswegen kann ich mir auch mit dem Video noch etwas Zeit lassen. Aber der Bereich 4.300 bis 4.400 Punkte, in dem wir jetzt eingetaucht sind im Nasdaq-Biotech-Index, der ist eine solide, eine charttechnisch wichtige Unterstützung und die kann natürlich auch Halt bieten. Und von da aus kann es natürlich auch wieder nach oben gehen. Insofern muss man mal schauen, was rauskommt. Insgesamt muss man aber sagen, viele Einzelaktien haben sich auch ganz gut gehalten. Eine Insight hat jetzt nicht so viel verloren. Eine Gilead Science hat auch nicht so viel verloren. Eine Vertex oder auch eine Regeneron, die hat es zuletzt aber nochmal etwas heftiger erwischt. Und wie gesagt, da wird es dann in Kürze, ob das jetzt diese Woche, nächste Woche oder vielleicht auch erst übernächste Woche noch klappt, werden wir sehen, ein Video zum Biotech-Sektor, insbesondere in den USA, geben. Wenn man dann auch klarer sieht, ob es überhaupt Robert F. Kennedy in das Amt des US-Gesundheitsministers schafft. Damit sind wir mit dem ersten Teil des Videos eigentlich auch schon durch und kommen damit zu dem aktuell interessanteren Teil, denn das sind die Kryptowährungen. Und da gab es zuletzt einige interessante Kursbewegungen. Ich hatte ja immer gesagt, etwa so sechs bis acht, neun Monate nach dem Bitcoin-Hiving beginnt im Kryptosektor ein großer Bullrun. Das Hiving war am 20. April sechs Monate drauf. Dann ist man im Oktober neun Monate drauf. Dann wären wir im Januar nächsten Jahres. Genau in diesem Zeitfenster sind wir jetzt. Und vor kurzem ist dann auch die Rallye gestartet. Natürlich auch ausgelöst durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Und der gibt sich sehr, sehr kryptofreundlich. Und derzeit gibt es natürlich auch einige heiße Gerüchte hier. So zum einen, ich hatte ja zuletzt schon darüber berichtet, dass Brad Garlinghouse, der Chef von Ripple Labs, der Firma hinter dem XRP, eventuell ein neuer SEC-Chef werden könnte. Deswegen Ripple durch die Decke gegangen und im Schlepptau dann natürlich das Bruderprojekt, wenn man so will, Stellar. Denn hier muss man wissen, Jake McKellab, der ursprünglich auch mal MT Gox ins Leben gerufen hat, diese Kryptobörse in Japan, die ja dann untergegangen ist, der war an der Gründung von Ripple beteiligt, hält da auch noch große XRP-Bestände, wobei er die seit Jahren reduziert nach einem gewissen Plan. Und er ist damals von Ripple weggegangen, weil er eben genau das gesagt hat, was ich ja auch immer an Ripple kritisiere, denn es ist zu zentralisiert. Und deswegen hat er quasi eine dezentrale Version von Ripple nochmal ins Leben gerufen. Und das ist eben der Stellar mit dem Kürzel XLM, der zugehörige Token. Und der ist zuletzt natürlich, wie gesagt, im Schlepptau von Ripple und dem XRP nach oben geschossen. Dann der Cardano ADA, auch durch die Decke gegangen. Hier gab es Gerüchte, dass Charles Hoskinson, den ich ja auch in der Vergangenheit kritisiert habe, weil er immer in guten Zeiten sehr, sehr vollmundige Versprechungen macht und dann in schlechten Zeiten näher untertaucht, Der könnte ja in ein Beratergremium des Präsidenten in Sachen Krypto kommen, eventuell diesem sogar vorsitzen. Und das hat natürlich dann den Cardano, den ADA, beflügelt. Und XRP und ADA waren somit die ersten, wenn man so will, Alpcoins, zumindest die größeren, die dann durch die Decke gegangen sind. Aber mittlerweile folgen immer mehr. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen beispielsweise massive Kursgewinne auch bei Hedera, was ich ja in der Vergangenheit auch schon hier auf dem Kanal positiv besprochen hatte. Und auch der Quant QNT konnte sich zuletzt deutlich nach oben bewegen. Da gab es ja zuletzt noch böse Kommentare dazu, dass das mehr oder weniger sich in Luft auflösen würde. Dem ist nicht so. Wir haben jetzt in den letzten Tagen hier Kursgewinne von fast 50% gesehen. Und bei vielen dieser Alpcoins muss man auch sagen, ist das erst der Anfang. Zuletzt auch Algorand, der auch lange nicht so beliebt war, angesprungen. Selbst Polkadot wieder aus der Versenkung auferstanden, wenn man so will. Und das sieht definitiv gut aus. Und es läuft aktuell, wie es halt immer am Kryptomarkt läuft. Der König, der Bitcoin, der läuft vor. Der hat seine Kursrallye gemacht. Jetzt macht er auf hohem Niveau um die 90.000 mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Aktuell eher ein bisschen drüber. Macht er eine kleine Pause. Und in dieser Pause ziehen dann die Alpcoins nach. Und man muss sagen, der Einzige, der jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen enttäuscht hat, war der ESA, der ETH, ETH, Ethereum. Denn der hat zuvor zwar sehr, sehr schöne Performance geliefert. Hat insbesondere auch charttechnisch wichtige Widerstände bei 2.800 Dollar, bei 3.000 Dollar und bei 3.200 Dollar aus dem Weg geräumt. Aber dann ist ihm so etwas die Puste ausgegangen. Aktuell pendelt er so um die 3.000, 3.100 Dollar. Und hier braucht es auch nochmal einen Schub nachhaltig über die 3.200. Dann kann es hier schnell in Richtung 3.800 bis 4.000 Dollar gehen. Aber generell am Kryptomarkt läuft es eben immer so. Der Bitcoin läuft voraus. Der macht zunächst die Pace. Und wenn der dann so ein bisschen in die Konsolidierung übergeht, wenn der mal eine kleine Pause macht, dann kommen die anderen. Meistens auch Ethereum, das relativ am Anfang mitläuft, haben wir zuletzt auch gesehen. Und dann kommen zunächst die größeren und irgendwann auch die kleineren Alpcoins. Und genau das sehen wir jetzt auch wieder. Und insofern muss man sagen, kurzfristig muss man ein bisschen aufpassen. Denn wenn der Bitcoin jetzt das nächste Leg Up, wie die Amerikaner so schön formulieren, macht, also dann über die 90.000 nachhaltig steigt Richtung 100, vielleicht sogar 110.000, dann könnte es sein, dass die Alpcoins auch mal eine Pause machen, dass sie ein bisschen konsolidieren, dass welche, die sich auch verdoppelt, verdreifacht und mehr haben, dass die mal zurücksetzen. Aber generell ist der Markt relativ gesund. Wir haben aktuell eine Market Cap für den gesamten Kryptomarkt von über 3 Billionen US-Dollar. Das ist, glaube ich, ein Allzeithoch, wenn es nicht sogar ein Allzeithoch ist. Natürlich aktuell sehr, sehr stark noch dominiert vom Bitcoin. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei um die 60 Prozent, zum Teil darüber. Und das war in der Vergangenheit schon anders. Teilweise hatten wir in der Vergangenheit natürlich, weil es am Anfang quasi nur den Bitcoin gab, eine Bitcoin-Dominanz von etwa 100 Prozent. Die ist dann aber im Tief auf etwa ein Drittel gesunken. Mittlerweile wieder in dem Bereich nicht ganz zwei Drittel gestiegen. Ein bisschen Platz nach oben ist noch. Das nächste Leg Up könnte dafür sorgen, dass das auch noch ein bisschen nach oben geht mit der Dominanz. Aber generell die Ethereum-Dominanz, die hat sich jetzt so gefangen. Im Tief war die in der Vergangenheit immer so um die 11 Prozent. Wir sind jetzt vor kurzem knapp unter 12 gefallen und sofort haben die Bullen dann reagiert. Und die übrigen Altcoins, auch da wird man große Gewinne einfahren. Man muss halt die richtigen picken. Es gibt natürlich unter den Altcoins auch viel Schmuh, viel Betrug, viel Scams. Und da muss man aufpassen, dass man nicht alles auf einen solchen Scam setzt. Man muss also ein bisschen diversifizieren, ein bisschen streuen. Und man sollte sich natürlich auskennen, was man da kauft. Ja, und wer das natürlich dann wissen möchte, wie das geht und welche die guten Altcoins sind und wie man die auch findet und auf was man da achten sollte, für den ist natürlich dann der TAX-Service auch genau das Richtige. Ja, und damit schließt sich dann auch der Kreis für heute. Ich hatte ja anfangs thematisiert, dass es jetzt in Kürze wohl da auch ein Black Week-Angebot geben wird. Und ja, da möchte ich zum Ende des Videos auch nochmal drauf hinweisen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch wieder einmal gut mit Informationen versorgen konnte, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, lasst ein Kommentar da, lasst ein Like da. Und das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch eins, nämlich wie immer, Tschüss und Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.